Hallo Hafiz, willkommen zu St. Pauli, ich bin froh, dich hier zu haben. Kannst du uns sagen, der Trainer sagte, dass du sehr früh in Kontakt war und es dauerte ein bisschen Zeit, bis du hierher kamst. Was waren die Gründe? Ja, es war nicht lange. Die Entscheidung ist, nach Nigeria zu kommen, nach Deutschland. Und ich denke, es ist ein langes Prozess. Ich denke, ich danke die Team, meine Agenten, die Direktor und die Trainer. Ich bin froh, dass sie mir eine gute Idee gemacht haben. Ich bin froh, dass ich mich in Oslo und eine VISA bekommen habe. Das macht mich, dass ich hier lange bin. Und was sind deine persönliche Reise, um den Klub zu sein? Ja, den Klub. Als ich jung bin, habe ich mir gedacht, zu spielen, in Deutschland und Belgium zu spielen. Das ist für mich ein Kindesdream. Das ist für mich. So, bevor ich zum St. Pauli kam, gab es viele Klubben, in Deutschland und in Portugal. Und wenn St. Pauli kam, ich habe nicht einen zweiten Gedanken. Ich habe nur gesagt, ich gehe zum St. Pauli. Ich habe gehört über den Klubben lange Zeit. Es ist ein großer Klub für mich. Meine Familie und meine Freunde werden stolz sein. Ich bin St. Pauli Mitglied. Sie werden stolz sein. St. Pauli ist ein großer Klub. Im Vergleich zu anderen Ländern und anderen Klubs. Deshalb habe ich St. Pauli gewählt. Du hast viel Erfahrung als Pro-Spieler, obwohl du sehr jung bist. Was ist dein Spielstil? Ich denke, mein Spielstil ist ähnlich wie die Klubben. Ich spreche über das Team von St. Pauli. Wir haben eine Konferenz. Er sagte, er wird glücklich sein. Er wird sein Spieler sein. Er ist ein Spieler. Er ist ähnlich wie meine. Ich bringe mich. Diese Team von St. Pauli ist nicht qualitativ. Es ist nicht wie ein individuelles Team. Ich bringe meine Talenten. Ich bringe meine Skills. Ich bringe mich mit meinen neuen Team-Mitern. Ich bringe mich mit meinen neuen Team-Mitern. Ich bringe mich mit meinen neuen Team-Mitern. Ich bringe mich mit den Ausland-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left. Ich bringe mich mit den Starten-Left-Left-Left-Left-Left. Wir werden im Training heute Morgen. Es wird sich nicht mehr als sich partnerinnen zu ändern. Es wird ein Team-Mitern gewinnen. Es wird ein Team sein. Keine Werte für die obter Zeit. Ich bin mit den grownnen Vor-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left. Ich komme zum St. Pauli-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left. und andere Trainer in der Backroom. Ich freue mich auf morgen.